Jona Obi Mikkel ist zurück in Europa. Der Nigerianer wechselt mit sofortiger Wirkung zum FC Middlesbrough in die englische zweite Liga. Zuletzt stand der Nigerianer in China bei Tian Jente der Untervertrag. Zu Jahresbeginn wurde das Arbeitspapier allerdings in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Nun wechselt der Metalfeldspieler zurück nach England, wo er die erfolgreichste Zeit seiner Karriere erlebte. Beim FZ Chelsea stand Obi Mikkel ein Jahrzehnt unter Vertrag und gewann und andere die Champions League und zwei Meisterzittel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 1. ZDF für funk, 2017 2. Untertitelung des ZDF, 2020